Ja, und wie ihr nochmal seht, gibt es auch diese Long-Bluse, die ihr auch mal als Strandkleid tragen könnt. Man kann jetzt mit Long-Tuning-Charakterlose lösen. Als Long-Tuning-Charakter könnt ihr auch dieses Teil auch mal als Kleid tragen, mit zweck als Strandkleid. Einfach mal über den Bikini oder Badanzug. Also es läuft sich wirklich super gut, ist auch sehr leicht, richtig leicht. Und das ist jetzt auch in den Farbenblut blöd, ein bisschen grau hinein und kommt 29 Euro. Auch diese Royal-Farben-Bluse, die ihr auch schon in mehreren Farben gesehen habt, mit dem Snog und auch hier vorne mit der Musst-Spitze, so wie die Spitze ich auch jetzt in meinem Arm herholt, kommt 24,50 und gibt es nochmal in Royal-Blau. Hier seht ihr nochmal diese sehr schicke Bluse, mit dem Blumenpunt. Ja, diese Bluse habt ihr auch schon mehrmals gesehen. Die Ballon-Bluse kommt 24,50. Ja, sieht einfach schick aus. Ich hatte mal als schick, als elegant, die können den Pien-Bauer jetzt so tragen, auch schon mal auf eine Schienzhose oder auf eine weißen Hose. Also 24,50 ist eine absolute super schicke Bluse. Long-Tonica, wie ihr seht, hier vorne mit einem tollen Strass-Teilchen, gibt es auch jetzt im Blau miniert. Hier vorne nochmal mit den Kat-Armel und auch mit dem Poncho-Stil sind die ganzen Arme auch gearbeitet. Also es ist eine super schöne Poncho-Tonica. Ja, macht sich auch super als Kleider, so wie auch am Strand und auch eine Beweilzeitung. Das für 29 Euro. Das tunica, was ich auch eben in der hellen Ton gesehen habe, gibt es jetzt auch nochmal, im Morial Blau mit Weiß. Hier seht ihr nochmal dieses hübsche Taillenblöschen, das Medikamen-Ausschnitt, wie ihr seht. Ja, dieses Taillenblöschen kommt 21,50 und gibt es jetzt auch einen grünen Petrol, also Petrol-Grün. Ein super schönes Tunica, das ist so ein bisschen saltimiert vom Stoff her, also es ist ein sehr angenehmer Stoff, auch ein sehr hochwertiger Stoff. Dieses Tunica, wie ihr seht, hat es auch nochmal hier vorne mit einem kleinen Strass-Teilchen verarbeitet. Da hat ein sehr schönes Muster drauf. Vorne, wie ihr seht, fällt der Arm auch wirklich schön duftig. Dieses Tunica kann man auch tragen vom Klein bis XXL, also vom S bis XXL, wenn man es sehr leid mag. Und dieses Tunica kommt 29 Euro. So ein sexy. Ja, der auch so eine rückenfreie Bluse ist das. Also ich bin mit dem Blusentopf mehr. Zeig mal. Ich bin hinten im Rücken frei, hier unten. Lässt du mich da mal hin? Ja. Sieht echt sexy aus, doch. Ja, sieht echt super aus. Ja, und hier vorne, wie ihr seht, ist es auch nochmal schön platziert, mit diesen kleinen runden Plättchen. Oh, Entschuldigung. Die kleinen runden Plättchen, und hier unterhalb könntest du nochmal eine längere Borde. Ja, dieses Tunica, also dieses Blusentunica von 2450 und sieht auch einfach klasse aus. Und so ein bisschen ab in Nässe. Ja. Nochmal, das hat immer wieder nochmal, weil ihr habt ja auch schon mal in anderen Farben gesehen, nochmal dieses Tallinn-Blüschen, das mit dem Smokbündchen und jetzt ein paar stärkerer Schulterpartei. Ja, diese Blüse kommt 21,50 und könnt ihr auch ganz gut tragen, von S bis Grössel. Ja, das war ja auch schon. Aber eigentlich haben wir От МУЗЫКА Ja, ja. 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 Ja, ja. terrain. Ja. сегодня heute Abend. Vielen Dank.